und damit herzlich willkommen zurück auf meinem kanal und zurück zu einem neuen platin video und heute geht es mal um my name is mayo2 der teil kam er jetzt raus und ich zeige euch jetzt einfach mal wie die platin funktioniert im prinzip ist es wie immer einfach nur x drücken es gibt allerdings einen neuen part und da müsst ihr ein bisschen auf verschiedene sachen achten ist aber nicht allzu schwer und würde ich mal sagen geht es auch schon los so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020